Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Cat Quest 2. Ja, wir müssen da rüber, zu Kyrie, aber erstmal zum wieder warm werden. Musst ja erstmal ein bisschen... Achso, ja, richtig, ich hab ja... Bin ja wieder auf Katzi. Zum bisschen wieder warm werden. Nochmal ein paar Gegner töten, denn ich hab, ähm, zum... Zum schon mal ein bisschen Rendern hab ich nach den ersten zwei Episoden einfach schon mal... ...einfach eine kleine Pause gemacht. Und eigentlich wollte ich weiterspielen, da dachte ich mir, naja, für den Anfang vielleicht... ...noch müsste sich alles ganz natürlich entwickeln und ohne großartig gegrindt oder sonst was. Allerdings in der Zeit, möchtest du die... Nein, 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 das lassen wir, das lassen wir, das lassen wir, das lassen wir, das... Speichert haben wir, wir haben, glaube ich, nichts verloren. Ja dann, warte mal, mit dir kann ich reden. Hallo Katzabenteurer und seltsam aussehender Feldfreund, hier ist ein Tipp für euch. Manche Feinde haben eine elementare Schwäche. Feuer, Eis, was auch immer. Alles klar, kann ich denn auch mit dir sprechen da hinten? Jawoll. Willkommen im Katzpital. Psst. Wenn ihr nach Gold sucht, tut mir leid, aber König Löwener hat all unseres genommen. Psst. Okay. Ich find das so schön, dass man mit den ganzen NPCs reden kann, das ist so toll. Hallo. Bauer Milu. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und da hinten ist eine Bäuerin. Welchen haben wir denn da? Ach, Augenbauer. Habt ihr schon vom alten König Taz IV. gehört? Die Legende besagt, dass er besondere silberne Truhen in all den Verliesen versteckt hat. Zum Spaß. Und der einzige Weg, sie zu öffnen, ist es, die Höhle von Monstern zu befreien. Verrückt, hä? Haben wir aber tatsächlich schon geschafft? Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter und folgen einfach der Geschichte. Oh, äh, ja. Erstmal mit ihm noch reden. Der Soldat scheint zu schnurren. Oh. Wenn lila Zahlen erscheinen, bedeutet dies, dass das Monster bei diesem Angriff schwach ist. Weiße Zahlen bedeuten, dass es bei ihm widerstandsfähig ist. Miau. Okay, lila Zahlen schwach. Weiße Zahlen Widerstand. Moment, so. Gelb heißt dann vermutlich... Gelb heißt dann vermutlich einfach nur... Hm. Ich weiß nicht, was gelb dann heißt. Vermutlich einfach ein ganz normaler Angriff. An ihm können wir üben, denn bei ihm wissen wir ja, dass er gegen... Ha, da, lila Zahl. Das heißt anfällig. Und weiße Zahlen, wie man hier ja sieht, das sind die physischen Angriffe, die bringen bei ihm fast gar nichts. Okay. Ich würde die Zahlen nicht direkt lila nennen, aber passt schon. So, einmal ganz kurz noch speichern und jetzt gehen wir zu Kiri. Hi. Du erinnerst dich, welchen Weg Löwen er genommen hat, oder? Ähm, nein. Folge Löwen ist Spur. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier runter. Oh, aber da ist... Da ist auf jeden Fall so ein Lakai von ihm. Hallo. Das scheint auf jeden Fall falsch zu sein. Kapitalhöhle? Welche... 10. Gut. Waren wir da schon drin? Ja, ich glaube, da waren wir schon drin. Ja, da waren wir drin schon. Das ist im Prinzip ja da, wo wir... Oh, da habe ich mir aufgepasst. Da, wo wir angefangen haben, oder? Jetzt wollte ich eigentlich mit ihm wieder kämpfen. Oder? Das war doch hier. Ja, ja, das war da. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und müssen dem oberen Weg folgen. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja diesen netten Gesellen hier kennengelernt. Und wir wissen, der ist auch mit dem König verbunden. Entschuldigung. Da muss ich gerade husten. Oh, ich denke immer nicht dran, dass ich ja mit ihm... Oh, ich habe gerade echt einen Frosch im Hals. Das ist ein bisschen unangenehm. Jetzt aber. Ist ja ganz schlimm hier. Da kann ich nichts machen, oder? Doch, bei KitKat kann ich ja reinschauen. Mal gucken. Habe ich denn wieder... Hm. 80, 100. Die, die wir gerade tragen... Habe ich andere Rüstungen an, als die, die ich eigentlich... Oder ist die einfach günstiger? Das ist günstiger, oder? Hundesoldatenrüstung. Vier. Vier. Ich würde das jetzt einfach mal leveln. Er macht dann eine Erfahrung. Das ist immer gut. Und den Helm könnten wir auch einmal steigern. Und dann steigern wir aber das hier auch noch einmal. So. Den Rest spare ich mir erstmal. Aber sicher ist sicher, wenn wir gleich dem König irgendwie... Ja, ein bisschen... Flussloch. Komm ich hier durch? Ja, komm ich. Und da waren wir noch nicht drin. 14. 15. Nein. Warum nicht, ne? Ich meine, was soll schon schief gehen? Habe ich nicht aufgepasst bei dem einen? So. Da haben wir das geschafft. Hi. Er schwebt leider ein bisschen. Und ich würde gerne mit ihm. Also. Können wir ein bisschen anzünden. Und ich denke jetzt fast... Äh, nein. Eigentlich wollte ich mit ihm. Okay. Okay, das ist aber gut. Die lassen sich davon... Ja, der nimmt Schaden, wenn er hier rüber will. Und dann... Au. Wir aber auch. Und zwar gar nicht wenig. Ich hoffe, wir kommen an einer anderen Stelle wieder raus. Das wird sonst echt schmerzhaft werden, hier rüber zu gehen. Okay, wir haben alle Gegner besiegt. Deswegen die silberne Truhe, von der wir ja schon gehört haben, ist jetzt unser. Aber erstmal gibt es hier unten auch noch eine. Blaues Magiergewand, danke schön. Das wäre jetzt für ihn besonders praktisch. Für unser Kätzchen. Denn momentan ist er ja Magier. Das heißt, es wäre sinnvoller, wenn er tatsächlich mit dem Magiergewand rumläuft. Und damit mehr Magie-Schaden macht. So, was haben wir da Schönes drin? Die Katz-Abenteurer-Schwert, ja. Und schon bin ich versucht, einfach nochmal zu sagen, hier... Zieh doch einfach wieder dieses schöne Gewand an. Und dann... Hier sind wir nochmal rübergekommen. Ich bin gerade verwirrt. Warte mal ganz kurz. Hier sind... Magie? Nein, das weiß ich nicht. Aha! Die Steuerung immer. So. Ähm. Ach genau, genau, genau. Warte, ich weiß es wieder. So. Hier. Er bekommt jetzt ein wunderschönes Schwert. Aber jetzt muss er ihn wieder... Und jetzt ist er wieder Nahkämpfer. Perfekt. Was ist das? Ah, wir werden wieder zum Anfang teleportiert. Dankeschön. Dann raus mit uns. Es gab übrigens im ersten... Jetzt machen wir leider keinen großen Schaden mehr mit ihm. Aber wir können ja nochmal ein bisschen Magie hinterherhauen. Und wenn beide dann einfach physisch auf ihn einprügeln, dann ist der auch bald erledigt. So. Wir müssen uns aber gleich nochmal ausruhen. Unbedingt. So. In die Octoruinen. Da gehen wir noch gar nicht in die Nähe. Jetzt wenden wir uns einmal da oben hier über der Brücke nochmal ausruhen. Damit wir fit sind. Und dann folgen wir tatsächlich der Spur. Aber hey, wenn da ein Dungeon ist und wir nur ein Level niedriger sind, dann müssen wir da einfach mal reinschauen, oder? So. Flussloch abgeschlossen da unten. Wir können natürlich so oft rein, wie wir wollen und immer weiter leveln. Und Leveln schadet natürlich nicht. Was denn jetzt? Da unten ist eine riesige goldene... Ich hoffe, wir kriegen mal goldene Schlüssel. Hallo. Narren, ihr seid in meine Falle gegangen. Wir werden uns um sie kümmern, Leute. Löwe, nein. Hihi. Okay, das sind nur ganz normale Angriffe, die da... Weg mit uns. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob wir die vielleicht beide gleichzeitig mehr oder weniger besiegen müssen. Muss ich alles selbst tun. Oh, oh. Wie widersetzt. Ist aber schlecht. Okay. Ich glaube, unsere einzige Möglichkeit hier ist verlieren. Denn, ähm... Kein Mana mehr. Ich war besorgt, als ich euer Gesichter gesehen habe. Aber ihr seid beide nur erbärmlich. Genießt den Rest eures Lebens, während ihr hier auf dieser Insel fest sitzt. Okay. Gut, dass ihr mich nicht abbesiegen lassen. Wir mussten einfach nur durchhalten erst mal. Finde einen Weg zurück zum Festland. Das ist doch gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Da gibt's Ruinen. Da oben können wir uns ausruhen. Das werden wir auch gleich tun. Erst ein bisschen sammeln. Dann ein bisschen ausruhen. Dankeschön. Dann haben wir leider keinen goldenen Schlüssel, mit dem wir das hier öffnen könnten. Hier ist aber auch nichts drin. Also machen die Ruinen. Die brauchen Level 10. Da können wir vermutlich durch. Aber bevor wir das machen, möchte ich mir da oben gerne diesen Stein anschauen. Den hier. Königsblut. Erwecke deine innere Kraft. Du hast heilende Pfote gelernt. Dankeschön. Maximal Mana ist auch aufgestiegen. Yay. Dankeschön. Das freut mich sehr. Jetzt muss ich nur noch irgendwie rauskriegen, wie man die Zauber durchwechselt. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft. Wir müssen einfach nur durch die Ruinen durch. Königsigil. Gar kein Problem. Und wir wissen jetzt ja inzwischen, die Dinger hier teleportieren uns. Sehr schön. Oh, okay. Jetzt müssen wir gucken, wohin wir teleportiert werden. Ich gehe erst mal hier hin. Sehr schön. Eine Ritterachs, die sehr schön gesteigert wird. Super. Dann können wir es mal hier probieren, in der Hoffnung, dass wir da auch noch nicht das Ende erreichen. Genau. Sondern eine weitere Truhe. Perfekt. Heile-Stab wird auch gelevelt. Dankeschön. Damit ist der Dungeon abgeschlossen und wir können ohne irgendwelche Reue direkt hier durch und wieder rausgehen. Oh. Oder auch nicht. Hi. Wer bist du denn? Königsblut. Ihr sucht nach einem Weg, eure Throne zurückzuerobern. Beweist euren Wert und unsere stärkste Waffe kann die eure sein. Ähm. Nein, nein, nein. Geh mal weg kurz. Okay. Wir machen ihm hier kaum Schaden. Aber Feuer. Feuer haut rein. Hm. Ich hoffe, ich... Okay. Wir sollten uns einfach hier nicht treffen lassen von ihm. Au. Jetzt hat er leider eine Bubble. Aber nicht mehr. Ja, deswegen haben wir ihm vorher mit dem Eis auch keinen wirklichen Schaden gemacht. Weil er manchmal einfach diese Protective Bubble um sich rum hat. Jetzt nicht mehr und er ist besiegt. Yay. So. Siegel des Königs erhalten. Sehr schön. Nimm dieses Siegel und schmied dir die Waffe, um alle Feinde zu besiegen. Das Königsschwert. Yay. Ja, Erfahrung gesammelt. Sehr schön. Level 14 und wir können verschwinden. Ich bin sicher, wir brauchen KitKat, damit sie uns das Schwert schmiedet. Und wir dürfen wieder raus. Perfekt. Das kennen wir ja schon. Da ist unser liebes kleines Jahr. Oh, bei meinen Schnurrhaaren. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Kiri, keine Sorge. Uns geht's gut. Habe ich dich richtig gehört? Du konntest Löwinner keinen Kratz dazu fügen? Nein, leider nicht. Zeige Kiri das Siegel des Königs. Das ist das Zeichen der ersten Könige. Die haben euch also gesagt, dass wir das Königsschwert benötigen, hä? Ganz genau das haben sie. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen, aber... Ja, okay. Fragen wir Kit danach. Ja, okay. Machen wir. Und da haben wir auch schon wieder ein bisschen XP bekommen. Super. Es ist später so schön, wenn man hier einfach die ganzen Gegner one-hittet, sobald sie da sind. Das ist... Ist sehr angenehm, muss man sagen. Und hier spawnt halt immer alles wieder. Das ist super. Schon jetzt merkt man ja, dass es relativ fix geht. Ich töte ihn noch ganz schnell. Ist eine ganz schlechte Angewunderheit zu mir. Alles, was hier so in Sichtweite ist und kein Problem ist, muss ich dann kurz töten. Kiri! Wenn wir das Königsschwert neu schmieden, weiß Kit, wie man das macht. Okay. Also, okay. Also nach dem Motto, wenn es jemand weiß, dann Kit. Kit Kat! Du zeigst Kit das Siegel des Königs. Dieses Siegel? Es ist unmiauglich. Kit, du hast geholfen, das Königsschwert zu schmieden. Kannst du es erneut tun? Kannst du? Sei still, Kiri. Jetzt wissen sie, wie alt ich bin. Miau. Vergesst, was ihr gehört habt und trefft mich draußen. Kein Problem. Ich mag dich auch als alte Katze, Kit. Sehr schön. Ich freue mich. Quest 3, Ahoi. Okay, wir müssen hier folgen. Immer schön folgen. Wir werden nebenher so ein bisschen hier kommen, der... Autsch. Da habe ich ein bisschen Schaden genommen. Ja, ja. Ich folge dir, ja. Hä? Hört ihr alle das? Au, Fuchsien. Au. Kein Mana mehr. Das ist super. Okay, da ist jetzt noch einer. Den kriegen wir aber auch. Sehr schön. Wow, ihr habt mich wieder gerettet. Ihr arbeitet alle gut zusammen, hä? Ja, ja. Ja, wir sind voll eingespielt. Und natürlich gibt es Erfahrung, deswegen machen wir das auch sehr gerne. Die Waldhülle ignorieren wir. Also welches Level wäre die? Zwölf. Oh, ich will da rein. Katzengesichtausblick. Kennt ihr alle den wahren Grund, warum das Königsschwert zerbrochen ist? Weil die ersten Könige dessen Macht fürchteten. Deshalb haben sie mir einen Splitter hinterlassen, um sicherzustellen, dass niemand es erneut schmieden kann. Kitzwettkampf. Oh, oh. Ich wünschte, ich hätte vorher nochmal gespeichert. Besiegt mich und ich werde euch helfen, das Königsschwert neu zu schmieden. Okay. Kein Problem. Gut, da sind wir durchgekommen. Machen wir erstmal der Blitzstab. Wir können theoretisch nochmal unsere Ausrüstung ändern, bevor wir uns Kitz stellen. Das Katzabenteurer Schwert wurde aber auch gesteigert. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Hi, Kit. Macht euch bereit, Jungs. Mein Hammer hat einen tüchtigen Schlag. Au. So, pass mal auf hier. Ich muss besser ausweichen. So. Sie heilt sich da, glaube ich, immer. Autsch. Aber es ist kein Problem, wir kriegen sie besiegt. Tada. Kit besiegt. Hey, ihr seid recht gut. Kit gibt dir Löwenardos Schlüssel. Dieser Schlüssel wird die Ruinen aufsperren, in denen ein Splitter aufbewahrt wird. Kiri wird euch dort finden, okay? Okay. Wisst ihr, Hunde und Katzen sind nie miteinander ausgekommen. Aber ich habe das Gefühl, ihr werdet das ändern. Ach, Herz. Alles klar. Ja, das werden wir. Da ist unser Aufrag geschlossen. Wir hatten ein Abnehmen-Level-Up. Ich bin mir nicht sicher. Buch der ersten Könige. Auszug 1. In der Zeit vor Königen und Zaubergeistern lebten einst die alten Meister. Sie schufen eine große Zivilisation, aber hinterließen eine zerstörte Nation. Königsmarke? Okay. Wir gucken uns hier einfach mal... Ist das hier so ein Lauf irgendwo hin und lande irgendwo ganz anders? Oder... Ich... Wir haben hier hinten angefangen, oder? Okay. Denn ich würde gerne in diesen... In die Waldhöhle reingehen. Da waren wir auch noch nicht drin. Und Level 12 kriegen wir hin. Da bin ich guter Dinge. Hier muss man halt einfach aufpassen, dass wir nicht versehentlich seitlich... Seht ihr da hinten die Insel, wo man scheinbar nicht hinkommt? Es gibt ganz, ganz oft in Dungeons versteckte Wege. Au. 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 Au, Schmerz. Okay. Okay. Ganz oft versteckte Wege. Also, dass man irgendwie durchs Wasser, übers Wasser gehen kann, wenn man die richtige Stelle findet. Ah, hier sind aber viele Gegner. Ist aber kein Problem. Die sind alle Level... Die sind Level 12. Wir können das schaffen. So, vielleicht einfach mal so. Das sind halt so viele, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten, wer gerade seinen Zauber wirkt. Und wer nicht. Aber wir haben sie jetzt fast besiegt alle. Sehr gut. Da sind sie weg. Es sind aber noch nicht alle Gegner gewesen. Aber sobald wir alle besiegt haben, können wir gucken, wie wir wieder hochkommen. Hier vielleicht. Ja, perfekt. Guck mal. Da kommen wir hin. Perfekt. Ein bisschen Gold. Komme ich hier noch? Ja, komme ich auch noch mal weiter. Sehr gut. Ich liebe es, wenn es das macht. Und wir haben ein Level Up. Sehr gut. Es lohnt sich einfach immer, solche Höhlen weiter zu erkunden. Also gerade, wenn man irgendwo sieht, dass noch eine Kiste ist und es scheinbar keinen Weg dahin gibt, dann gibt es immer irgendwo einen Versteckten. Oh, oh, oh. Kann ich bitte hier einmal? Ach, Gott sei Dank. Ich habe gerade im Moment schon gedacht, wir werden besiegt. Aber es hat nur ein bisschen weh getan. So. Der Blitzstab wird gesteigert. Sehr schön. Dann wollen wir mal weiter. Beziehungsweise erstmal natürlich die wunderschöne silberne Kiste öffnen, die da unten irgendwo stand. Bestimmt. Da steht sie. Und wir bekommen eine Waldläufer-Axt. Aber das erste Wurf-Entfernung steigt. Sehr schön. Dungeon abgeschlossen. Dann wieder raus mit uns. Das heißt, wir kommen wieder an den Anfang. Müssen nicht zurücklaufen und dürfen hier raus. Sehr, sehr gut. Sollte mich ja natürlich nicht besiegen lassen von dem. Ich weiß nicht, was passiert, wenn einer von uns beiden besiegt wird. Hatten wir das schon mal? Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Also wirklich nicht. Wir müssen auf jeden Fall dem Pfeilchen folgen. Du, was bist du? Hey ihr, ich brauche etwas Hilfe, um meinen verschwundenen Entwurf wiederzubekommen. Der Pfeil des fehlenden Entwurfs. Das nehmen wir an. Ich wusste, dass ich jemand gehört habe. Hey da, eure Hoheiten. Jemand hat meinen Entwurf für meine Schnurperrüstung gestohlen. Oh, wie gemein. Ich muss ihn zurückhaben. Vielleicht haben die Stadtkatzen in der City den Dieb gesehen. Fragt sie bitte für mich. Das machen wir doch gerne. Oh. Der Pfeil des fehlenden Entwurfs. Das nehmen wir eine Nebenaufgabe. Wir nehmen jede Nebenaufgabe mit. Jede. Ich liebe Nebenaufgaben in diesem Spiel. Miau, Hund, Hund. Okay, vielleicht sollte ich mit der Katze fragen. Hi. Miau, Rippo. Laufen doch nicht alle weg von mir. Oh. Was? Oh, wer bist du denn? Ja, was bist du denn? Wer der kleine Dieb? Bist du? Warte mal, hier. Okay, das kennen wir schon. Bist du etwa der Dieb? Ähm, ich habe nichts gestohlen. Ich bin nur ein Soldat. Fuh, 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 fuh. Ja. Soldat wirft Katzenminze nach dir. Ja, danke. Monster lieben, Katzenminte. Falls du es nicht wusstest. Äh, nee, wusstest. Das heißt, genau. Fuh, 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 fuh. Ich habe gelogen. Ich bin kein echter Soldat. Viel Spaß mit den Monstern. War klar. War klar. Ah, schnell weg. Ich glaube, mit ihm könnten wir hier tatsächlich gerade ganz gut sein. Ah. Nein, im Kampf können wir nicht mit ihm reden. Das verwundert mich jetzt nicht. So. Und weiter läuft der kleine Schlawiner. Es kann auch sein, dass er euch nochmal Katzenminze nach uns schmeißt. Und bevor ich ihn deswegen anspreche, würde ich ganz gerne hier diese beiden kleinen Monsterchen töten. Damit die uns nicht in die Quere kommen. So. Bitteschön. Na du. Halt auf mich zu jagen. Es ist spät. Mein Boss hat den Entwurf bereits. Er hat den Entwurf bereits. Haut ab. Und wer ist dein Boss? Dann fühle meine fehlbare Macht. Oh. Okay. Das geht ein bisschen schneller. Er war nicht schwer. Na? Halte dich fern. Ich habe nichts. Ehrlich. Läuft er in die... Nein. Er läuft nicht in die Pfotenhöhle. Und wir müssen wieder Papieren folgen. Oh. Level 19. Da gehen wir nicht rein. Was haben wir hier? Nium, 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 nium. Das Versteck ist in den nium, nium, nium. Sehr schön. Hier drüben eure Hohe halten. Du gibst KitKat die Notiz? Hm. Ich muss dies entschlüsseln. Bis dahin, danke für eure harte Arbeit. Blaues Magiergewand wird gelevelt. Vielen, vielen Dank. Ich kann Informationen nur in der Schmiede im Kaspital finden. Macht euch auf den Weg dorthin, wenn ihr bereit seid. Und ruft mich. Alles klar. Der Auftrag ist abgeschossen. Das ist so schön. Die ganzen kleinen Nebenquests sind halt nicht ewig lang, sondern unterteilen sich in viele kleine Nebenquests. Also kleine Abschnitte davon. Und das macht es super einfach, sie eben nebenher zu spielen. Man muss sich nie lange von irgendwas fernhalten. Man kann immer schnell wieder zu was Neuem zurückkehren. Und das ist super. Hier zum Beispiel. Hey, ihr! Ich habe herausgefunden, was an der Botschaft nicht stimmt. Ruft, wenn ihr hier seid, Zwinker. Und wir nehmen die natürlich an. Wir machen die weiter. Ja, okay. Also die Notiz ist durch einen Zauber geschützt. Ich kenne einen Magier, der uns helfen kann. Und jetzt müssen wir... Er hängt gerne in Cups Gesicht herum. Alles klar. Ich habe ihm eine Notiz geschrieben, um alles zu erklären. KitKat gibt dir den Hinweis und die Notiz. Gib ihm diese. Alles klar. Der Fall der verschlüsselten Notiz 2. Und ich würde sagen, das machen wir aber erst das nächste Mal. Jetzt holen wir uns nochmal aus. Also sprich, speichern nochmal. Und dann beende ich einfach die Folge erstmal. Ich freue mich aber schon, aufs nächste Mal weiterzumachen. Das wird sehr schön werden. Und da muss ich echt mal gucken, wie das mit den Zaubern funktioniert. Wie man die durchtauscht. Wir haben jetzt theoretisch auch einen Heilzauber. Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei CatQuest 2. Bis dahin. Bye, bye.